Ich dachte du machst noch ne Ansage. Synchronisation auf, 3, 2, 1, 0, Synchronisieren, 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 Synchronisieren. Nein mach jetzt noch ne Ansage und dann würde ich sagen klicken wir alle auf Auto. Alle 5, alle 5. Ja Auto, wir fahren ja Auto und kein Boot. Du machst 2 Spiele in einer Folge. Es sind eigentlich immer 3 Spiele. 3, ok. Ok dann sag irgendwas und dann gehts los. Ich denke mal ich würde das schon mit drinnen lassen. Allein wegen dem Superwitz zwischen Auto und Boot. Gut, dann gehen wir jetzt alle auf Auto. In 3, 2, 1, Auto. Hey Michi! Ja mit Mario. Hey ohne Scheiß, ich weiß nicht kaum mehr wo der Mist geht. Ja das weiß ich auch nicht. Ja und da wirds willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Na rechtsklick! Nein! Mario und da vorne! Moment, Moment, Moment! Mit wem Spiel ist? Mit Clemens! Ja! Ja lol! Toll! Die 2 größten Nudes! NIEIN! Ja, jetzt wirds bewirkt! Es wird gefickt. Ja! Jetzt aber richtig! Ey nicht ins eigene Tor! Was machst du?! Darf ich das überhaupt sagen? Ja klar! Ja, klar. Laul, vorbeigesprungen. Nein! Fast nein, klar. Fast nein. Michi! Aber Steven, du kannst ja im Realleben auch nie Autofahren. Jetzt weißt du das schon. Hä? Was? Controller? Mann! Also Clemens, ich glaube, wir spielen einfach auf Unentschieden. Toll! Was war das gerade, Mann? Hey! BBM ist die Gang. Ihr lassen Enemies brennen. Mein Controller ist die ganze Zeit weg. Mann, was machst du denn? Mann, ist das ein Scheiß. Warum nicht schreien? Wenn Mario schlecht Kopfschmerzen bekommt. Ist das bei Youtube verboten? Ja. Ist bestimmt auch verboten, toten Kojoten die Hoten zu verknoten, oder? Übrigens für die Zuschauer. Clemens ist auch dabei. Wer ist Clemens? Mit wem spiele ich eigentlich? Mit Clemens! Ja, nice! Ja, Michi! Sehr schön. Ich stelle ich zwischen Ballkamera und normaler Kamera auf. Wenn du mit Controller spielst... Nein, immer noch nicht. Versuch's mal... Das müsste eigentlich bei dir unten links ausstehen. Ja, unten links. Stimmt. Unter Ballkamera. Ach, Spacebar. Ah! Schlau! Irgendwie drück ich das halt die ganze Zeit. Schlau! Oh, Ficken, Alter! Gerne! Was, welcher Fleck? Das heißt, dass permanent nur noch ein Kameranwechsel mit, oder? Freut bei dir! Nein, Leute! Servus, Leute! Servus, Leute! Mann, Controller! Jetzt versagt doch nicht! Ich brauch dringend einen neuen Controller. Also, ihr beide spielt gerade gegen einen Gegner, quasi. Oh, ich bin vorbeigeschaut. Oh, nice! Nice! Ja, das hast du gut gemacht, Clemens! Alter, Clemens, du fach... Der Freck der Torhüter! Was? Ich hab dich mal nicht mal berührt! Echt nicht? Wer war's das denn? Bin ich da? Nee, ich mach das. Ich leg das, Clemens. Ich hab nur eine Tüte Chips essen, Alter. Boah! Wer ist das weggepumpt? Alter, wenn du die Folge schneidest mit allen Schimpfwörtern und so, dann ist es am Schluss einfach nur zwei Minuten Folge. He, dann braucht er eh bis Weihnachten! Nein! Kacke! Fetter Hurensohn! Michi, komm! Deine Vorlage! Nice! Oh, Mann, Alter! Richtig geil! Weil ich euch rasiere wie Barbiere! Also im Moment rasieren wir dich! Weil die Schwelle gehen halt einfach schon wieder unter die Gürtellinie, wie die Hände fahren Michis Mutter. Ja! 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 Sorry! Controller wieder! Immer dein Controller! Sag das was du nicht kannst! Alexa vergewaltigen oder was? Nee! Alexa! Hol mir einen runter! Erstmal mich weg! Ich wollte eigentlich einen Boost, der mir geklaut ist, aber egal! Jaja, immer ich! BPM ist die Gang! Wir lassen Enemies brennen! Ich bin ganz kurz! Ich bin ganz kurz! Ja Mario jetzt aber! Ah, nice! Alter, da macht sogar Mario der Bulli im Tor gegen uns! Ich bin ganz kurz die... Ihr seid halt schlecht, ne? So, jetzt ist das weiter runterstellen, damit man euch noch hören kann! Er ist einfach nur russpringen müssen! Einfach nur russpringen! Wenn einer mit Clemens gewinnt, dann hat er meinen größten Respekt! Ne, man muss mal gleich spielen! Gerne! Michi will nur meinen Respekt! Ey, ich will mehr von dir! Boah! Ich bin dann mal weg! Ciao! Warum denn da? Jetzt traue ich mich doch nicht mehr zu euch zu kommen! Ne, ist ja egal! Oh, das ist die! Warum machst du den denn nicht? Ich wollte euch eine Chance lassen! Oh, den hab ich verfehlt! Ah, schade, schade! Der war krass! Der war richtig! Oh, 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 oh! Nein! Nein! Was ist doch denn dein fucking Ernst! So, und sind ranzuspringen! Von einem Clemens! Was hast du denn da für eine Scheißvorlage gegeben, Michi? Ja, warum kriegst du denn nicht? Ich weiß es nicht! Jetzt nur stehen bleiben müssen! Verschlüpfen! Verschlüpfen! Nein! Verpasst denn! Alle vorbeigesprungen! Ich bin nicht mehr rein! Mist! Okay, wir mischen nochmal durch, oder? Jo! Oder sollen wir nochmal Auto? Nee, nee, Auto nicht! Den können wir die Sam Team 3 theoretisch kommen! Ah, theoretisch! Alle mal auf bereit! Jo! Clemens! Bereit! Das war halt krass, Alter! Geil, ich stehe sogar über Stephen! Ich hab sogar enttäuscht! Äh, Clemens, wir beide gehen in Team Orange! Okay! Wir gehen Team Blau! Jo! Blau! Wir werden das rocken! Wir werden das rocken! Wir haben die 7er rasiert! Hey, Mainz! Du machst das 1-0! Komm! Ich glaub an dich! Hallo! Der Ball ist weg, aber okay! Ähm... Wer hat den Ball geklaut? Was? Ja, rein! Ja, wie denn wenn da so ein… Steven im Tor steht! Hello! Ah, ja gut! Ja, macht den noch rein! Ja, gut! Hab ich gesagt, dass das Scheiße war! das tor wollte ich unbedingt machen hast du doch ja der hat richtig rein geblockt ja da musst du gegen blocken ja wie denn wammel ihn weg als pinacoupé hey alter ein Stück schall lehmann jetzt oder nie 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 ja hätte ich mir auch sparen können glaube ich oh lehmanns alter du kleine trägst du auch oh wer hat mich denn den von hinten genommen ja ja mach ihn doch rein du vollidiot du hast es doch gerne von hinten hast du vorhin gesagt habe ich nie gesagt hab ich aber sowas gehört ich hab's auch vorhin verstanden sprichst du bei dir in der Gegend so rum ha ha willst du ja wissen ja hallo der mann hallo hey hast du meinen koks gesehen nein wer hat mich da weggekickt man da sind die besten drauf das war jetzt von der seite 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 ja das ist eine planage guck es dir angekont kommen wir mal sogar mit Pfosten das war auch richtig geplant fast ich wusste mit Pfosten aber das ist alles komm rammeln ihn nochmal ins Tor dann ist gut da rückwärts komm 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 rückwärts ja komm rückwärts wir müssen die die sch Teils die was können rat Aua da war ne Wand März kam rückwärts drachen Steils 된 Michi! Nein! Hier hinten! Da war ich nicht. Wow! Alter, im Ernst. Michi, verpiss dich hier mit dem scheiß Ball. Was, Steven? Nee. Juhu! Nehmens! Mach doch was! Ah, Mist! Nein, vorbei! Das ist so ein scheiß spannendes Spiel gerade. Fuck! Willi weg! Nein! Was macht ihr denn da? Entschuldigung! Oh, 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 nein! 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 Alter, war es schlecht. Steven, wie war das, wenn wir beide gewinnen? Warte mal, guck es dir an! Wie kann der nicht drin sein? Steven, was bekomme ich da? Es sind doch 25 Stunden. Steven, komm, wir drehen das noch. Nein! Ich hab gehört, Steven ist gleich weg. Ähm... Nein, zu weit! Nein! Oh, Steven! Steven sag schon! Steven! Okay, das war's. Gut, gut, gut! Nach vorne damit! Ins Tor! Noch einmal, komm! Noch einmal! Noch einmal! Nein! Ich geh mal kurz pissen, Moment! Ganz souverän gespielt, ganz souverän! Ich hab' ich noch nicht gespielt mit Steven, ne? Äh, jetzt muss ich mit Mario. Ja, dann passt das ja im dritten Spiel, haben wir alle Kombinationen durch. Ja, äh... Bereit. Hat sich so bei vier Spielern an sich. Ach, bist du so schnell in Mathe, ja? Ja. Naja, also ich sag' immer ja nicht, dass wenn... Fünfler, äh, wenn drei Leute im Firmwareteam rausgehen, dass noch einer da ist. Aha. Aha, aha. Aha. That's my shit. Aha. Aha. Oh, the girls wanna be like this. Aha. Auf wen müssen wir wieder warten, Steven, ne? Hallo meine Freunde und herzlich willkommen! Ja, schwarz. Äh, Steven, wir beide gehen orange. Nein. Ich bin blau. So. Clemens, wir werden das jetzt hier... schön sauber erledigen. Ja, wahrscheinlich verlierst du drei Spiele hintereinander, oder? Ja. Ist Michi jetzt AFK, oder? Nein. Geil. Dann verbiere ich wirklich drei Spiele hintereinander. Ja. Was machst du denn da, Junge? Was machst du denn da, Junge? Ramm mich doch nicht! Geil, nach vorne, nach vorne! Du bist ja Bot aller Zeiten. Komm, mach den! Okay, kommst du scheiße an! Boah, Mann, der Ball war zu lang! Das bist du ja nicht gewöhnt, gell? Ja. Ist doch irgendwas zu langes. Ist doch irgendwas zu langes. Gar nicht von dir nicht. Nee. Wo ist denn jetzt Michi hin? Der will einfach nur, dass ich verliere, das ist alles. Steht überhaupt hier im Game? Der ist nicht da, oder? Nee. Ich bin allein, lol. Kau geil. Gewonnen! Ähm, ja gut. Komm mal aus. Oah, guck es dir an. Einfach getunnelt. Also ich finde, das haben wir gewonnen. Boah, ist bei dem entweder das Interact, oder? Das ist nicht dein Ernst, Mario. Was? Wir verlieren Gegner. Jetzt ist er was, ja. Internetwege oder PC abgestürzt. Jeder bekommt das, was er verdient, ne? Ah, was Scheiße, Alter. Was machst du denn? Was? Mach'n Tor, guck. Du hast mir den Ball ja noch weggeblockt gerade. Hab' ich gar nicht. Guck' ich's dir an. Guck' mal weiter hier, Buren-Söhne. Da hab' ich ja angetäuscht, dass er über mich sieht. Aha. Das war alles schon geplant. Ich geh' drauf. Okay. Ich geh' doch nicht drauf, aber erforscht. Voll verhemd. Mann, ich hasse das, wenn er so an der Wand ist. Ja, wahrscheinlich. Nice. Da ist er ja wieder. Ja, hi. Was passiert? Guck' jetzt dir an. Einfach zwei. Guck' jetzt dir an. Dieses Tor. Schön gespielt. Was war los, Buren? Ich geh' jetzt mal kurz. Ja, Micha hat mir die Rechnung bezahlt. Ja. Hey. Oh. Leute, ich hab' mich selber... Ich hab' mich... Ich habe mich selber geblockt. Guck' jetzt dir an. Da. Gesprung. Und selber geblockt. Ah, du kannst dich selber wieder. Come on, pass mich hier auf. Er hat halt immerhin zwei Toren, ne? Oh nein, mein Controller ist schon wieder weg. Weck mich doch, jetzt ist er wieder da oben. Mehr wie mit Michi und Mario zusammen. Und mit dir. Ja, Michi ist doch gar nicht da. Was machst du denn? Ja, ich stand zu weit hinten. Und er hat keinen Bus mehr. Ah! Ah, ist vorbei mit. Ich hab' mich nicht warm. Deutsches Tor. Wie viel steht? Äh... Jo. Ich komm' nicht rein im Moment. Ich muss halt einfach dir alles retten. Jaaa, wahrscheinlich, du Hurensohn, Alter. Oh nein. Der fährt halt einfach... Einfach mithass am Ball... Am Ball vorbei. Und da kommt er. Und da kommt er. Und da ist er vorbei. Oh, ey. Ich hab' aber selber rein und auch wieder rausgekickt. So, ich geh' drauf. Ja, hier. Schön. Mach' den. Nice. Ganz, ganz souveräne Leistung. das Spiel geht noch 5 Minuten äh 2 Minuten Ich sag aber, es ist trotzdem ganz überrende Leistung Oh sorry, geh du? Ist aber auch ein bisschen unfair von der Teamgestaltung hier gerade Find ich nicht Ne? Sieben, was sagst du dazu? Ich hab sie gerade nicht verstanden, es ist noch viel zu laut Was? Ganz, ganz souveränlich gespielt, Team Sollen wir vielleicht, äh, diese Runde beenden? So, ich lass doch jetzt die eineinhalb Minuten fertig stehen Ja, ok Aber ganz witzig, sound so mal leise, ja So Jetzt sind sie, glaub ich, Zuläuser, aber egal Ja, ok Boah, mit Hass, vorbeigefahren Jo Schön Toschus Oh, 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 oh Niemals hat er das noch gerettet Oh man Oh sorry, 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 sorry Er ist doch uns gerade wieder viel zu leise, man, das ist ätzend Mist, das ist doch einfach So So Und Ich hab schon eins noch, eins noch Oh ne Trotzdem Schönes Spiel Und Tschüss Kommt Ich geh kein Zeichner Kommt mich jetzt wieder dazu, oder? Ich denk mal Ja Ja Das, äh Das müssen wir wahrscheinlich neu aufmachen Könnt ihr nochmal in die Lobby zurück gehen? Zurück jetzt hin? Weil ihr seid bei mir noch in einer Spielsitzung, aber Ja klar, machen wir Aber ich werde dann einfach an dieser Stelle mal die Folge beenden Bis zur nächsten Folge Ciao Ciao